Die extrem hohe Fertigungstiefe und der Einsatz von automatisierten Anlagen dominieren seit Jahren die Produktion der Gruppwerke. Mannlose Schichten sind in diesem Zuge alltäglich gewohnt. Hiermit verbunden sind völlig neue Herausforderungen. Für die Überwachung und Optimierung von Produktionsprozessen wurde von uns Grobnet4Industrie ins Leben gerufen. Grundlage für Industrie 4.0 ist Konnektivität. Mit dem von uns entwickelten Grob4Interface sind wir in der Lage, alle Maschinendaten unterschiedlichster Steuerungen, Fabrikaten und Hersteller zu übertragen. Diese Daten werden gewinnbringend weiterverarbeitet. Die mobile und webbasierte Anwendung Grob4Line wird von unserem Bereitschaftsdienst und der Instandhaltung verwendet. Jede Statusänderung wird per Mail weitergeleitet und kann direkt an zuständige Mitarbeiter ohne Zeitversatz gesendet werden. Ausfälle werden sofort erkannt. Somit können die Stillstandszeiten dramatisch reduziert werden. Das Löschen einzelner Fehler und der Neustart des Programms aus der Ferne sind möglich. Dies wirkt sich direkt monetär als auch im gesamten Ablauf positiv aus. Weiter werden die gewonnenen Daten in historischer Form für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess KVP zur Verfügung gestellt. Grob4Analyze visualisiert alle Statusänderungen und zeigt unproduktive Phasen klar auf. Die Verbesserung der organisatorischen und technischen Verfügbarkeit hat hier das größte Potenzial. Neue Arbeitszeitmodelle und die Reduzierung der internen Kosten sind eine direkte Auswirkung. Ein wichtiger Bestandteil in der Digitalisierung ist die papierlose Fertigung. Das Manufacturing Execution System MES, Grob4Connect, wird in allen Grobwerken weltweit eingesetzt. Jede Aufgabe, die in Bezug zum Shopfloor steht, wird hier verwaltet und ebenfalls grafisch hervorragend dargestellt. Ist beispielsweise eine Revisionsänderung vorhanden, wird ein Auftrag nicht gestartet. Fehlt ein Werkzeug, wird es direkt aus dem Shopfloor beantragt. Ein reibungsloser Ablauf in der Fertigung ist so gesichert. Kommen Sie auf uns zu. Wir verstehen Fertigung und leben Industrial IoT, das wirklich funktioniert. Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben.